hi freunde und willkommen zu einem neuen call of duty video black ops 4 hier auf meinem kanal und zwar nuketown ist zurück diesmal in russischer variante richtig geil abgeschmeckt für black ops 4 und das ding ist es ist für alle kostenlos dann wurde der ajax verschlechtert einige sachen noch verbessert dann hauen wir mal rein hier wir haben einen nuketown stellung auf nuketown scheiße das wird massaker das wird krass mach doch mal hin die hauen hier alle ab man was ist mit denen los ok da ist ich glaube es geht los das erste mal nuketown im bo4 das ist schon richtig krass aufstocken und zurück in den einsatz wo das wird jetzt so abgehen auslösen fast wie die im nicht die hand und die Nein, Mann. Fuck. Da hab ich meinen Aim das richtig verkackt. Ja, sicher. Ja, sicher. Jetzt wird der Abügel zerfetzt. Näher hören, wo bist du? Stellung lokalisiert. Der Feind auf die Stelle. Pisser. Alter. Alter. Scheiß Camper, Mann. Alter. 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 Was ist denn hier? Ja, süß ja. Wir haben den Vorteil verloren. Ah, Pisser, Mann. Aber egal, ich hab's doch gedacht. Fuck. Fuck. Wir haben die Stellung verloren. Feindliche Hellstorm nähert sich. Feindliche Drohne kreist. Stellung abgeriegelt. Ey, Mann. Wir haben den Vorteil. So, komm, jetzt räumen wir jemanden ab. Fuck. Komm, irgendwo werde ich jetzt wieder gesnipet, Mann. So, ne Pisser. So, ne Pisser. Stellung lokalisiert. Gönnen einem Opsar nicht. Stellung gesichert. So, ne Pisser. So, ne Pisser. So, ne Pisser. So, ne Pisser. Ah, wenigstens. Den haben wir noch mitgenommen. Kämpfen um die Stellung. Ziele werden markiert. Mehrere feindliche Drohnen im Einsatz. Stellung verloren. Schnell eilen. Stellung lokalisieren. Setze Sensor frei auf einen Tantiestellung. Junge, was für Reflexe, Digga. Nice one. Fuck, ich hasse dieses Teil, Mann. Ich sagte, es wird einem nichts gekönnt. What the fuck? Fuck, it's off. Stellung identifiziert. Stellung abgerichtet. Wir haben die Stellung verloren. Ha ha ha. Fuck. Blöder Hund. Stellung besichert. Oh shit, Mann. Wie die da überall in den Fahrzeugen kämpfen. Oh Mann, hätte ich nicht noch einen mitnehmen können. Naja, wir haben einen aufgerissen. Sehr schön, den haben wir. Komm noch einen. Ich wusste es. Der Automat hat geöffnet. Fuck. Blöder Hund. Stellung lokalisiert. Stellung gesichert. Wir haben die Stellung verloren. Stellung abgeräumt. Stellung abgeräumt. Lass deine Drohne aufsteigen. Feindliche Drohne über uns. Wir haben die Stellung verloren. Wir haben die Stellung abgeräumt. Ach du Pisser. Nix nach vorne. Wann? 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 Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wann? 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 bn? Jaaa, ich krieg jetzt voll einen auf den Deckel, Alter. Den haben wir. Feindliches Blitzschlag. Achtung, feindlicher Blitzschlag. Wir haben den Vorteil verloren. Fuck. Blöder Affe. Stellung abgeriegelt. Wir haben die Stellung verloren. Stellung gesichert. Es gibt noch mal Tage, wo ich verkacke. Die Stellung verloren. Feindliche Drohne kreist. Das Schatzschütze geht mir so auf den Pisser, Mann. Das Schatzschütze geht mir so hoch. 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 Egal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Jetzt mit Newtown. Und wenn ihr mich kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert, um kein Content mehr zu verpassen. Und wenn ihr einen Daumen nach oben seid, würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.